Herzlich willkommen und ein fröhliches Moin zu einer weiteren Aufnahme von Minecraft. Let's show Minecraft. Ja, wir befinden uns heute in... Wo sind wir eigentlich? Hm. In einer Stadt gebaut von Amy und mir. Zum Teil hat auch Asko mitgebaut. Wie habe ich denn die Stadt genannt? Ich schaue mit Absicht gerade nur in eine Richtung. Denn ich habe noch eine Überraschung. Da oben... Das da oben schauen wir uns später noch an. Das ist Kloster Felsenspitz. Vielleicht hätte man die Stadt auch Felsenspitz nennen sollen. Aber sie hat einen anderen Namen. Der ist mir gerade nicht eingefallen. Verdammt. Fatte Tröten oder so? Hm. Egal. Ach. Genau. Erstmal was zur Stadt an sich. Es ist eine sehr biedere, sehr gläubige Stadt. Deswegen auch das Kloster da oben. Gebaut im Stil von mittelalterlich so ein bisschen. Da sehen wir auch schon die Holzfähle, die da ins Wasser teilweise hineinragen. Direkt am Wasser gebaut. Hier noch eine große Brücke, die hinter mir zu etwas Großem führt. Was ich noch nicht zeigen werde. Ich werde mal versuchen, das so ein bisschen zu verdecken. Mal sehen, wie lange ich durchhalte. Und jedes Haus. Also, ich habe die Häuser gebaut und Amy hat sich eingerichtet. Familie belesen. Wir schauen uns mal bei Familie belesen. Einmal hinein. Ach ja, guck. Hm. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht durch dieses Fenster gucke. Ha, ha, ha. Ja. Jedes Haus hätte ich auch so eine eigene Aufgabe bekommen, glaube ich. Zumindest sind die meisten eingerichtet. Darum hat sich dann Amy gekümmert. Ich habe die immer hingestellt. Das war diese Stadt, wo wir dann dieses Zitat hatten. Ich baute immer die ganzen Häuser. Und dann ging Amy immer umher. Was? Ich muss hier schon wieder einrichten. Kann ja wohl nicht sein. So viele Häuser hier. Und ich sagte nur, ist ja nicht mein Problem. Nicht wahr? Ja. Aber es lief jedenfalls ganz gut. Wir kamen hier gut voran. Amy hatte hinter mir diesen Monsterbau fertig gemacht, während ich die Stadt hier so ein bisschen aufgepeppt habe. Wir spielen gerade auch im KOP-Texturenpack. Das letzte Mal waren wir ja im Vergnügungspark. Da hat man auch hauptsächlich, whoops, mit Misa uns das angeschaut. Und von mir die Kloster-Sicht. Frau Klein-Schön-Schönblick. Achso, eines wollte ich noch mal erwähnen. Und zwar... Ach, Brot. Wow, gut. Und zwar wollte ich erwähnen... Ach, jetzt kriege ich meinen Satz schon wieder nicht zu Ende. Die Musik lässt mich nur noch mitsingen. Dafür kann ich nichts, ist mir doch auch egal. Mein Zeitplan. Also grundsätzlich hatte ich ja vor, immer Samstag und Sonntag. Wahrscheinlich ist es jetzt Samstag, wenn ich diese Folge raushaue und ihr das seht. Oder ihr schaut es euch später an. Jeden Samstag und Sonntag kommt ein Let's Show. Das ist immer das Minimum, was ich bringe. Alles, was darüber hinausgeht, habe ich damals schon erwähnt. Das ist Überraschung. Aus der Überraschung ist aber in den letzten Wochen immer mehr die Regel geworden. Und so mache ich jetzt immer Montag, Mittwoch und Freitag, haue ich jetzt immer ein Let's Play Hardcore raus. Und jeden Dienstag und Donnerstag, vielleicht auch noch Samstag und Sonntag, immer eine Folge Super Metroid. Und je nachdem... Familie Terrassik. Auch hübsch. Und je nachdem, wie weit ich komme, beziehungsweise wie ich halt Zeit habe, bringe ich dann das eine oder andere mehr raus. Und ich werde auch erst wieder ein neues Video reinstellen. Also ein neues Let's Play rausbringen, wenn eines der beendet ist. Denn so viel Zeit habe ich noch auch nicht. Mein Pensum ist ja schon relativ ausgelastet zur Zeit. Und da bin ich ganz froh drum, ehrlich gesagt. Und ja, mal gucken. Ich habe noch etliche Ideen, was ich alles gerne verfilmen möchte. Und nicht nur Videos... äh, nicht nur Videospiele. Habe noch große Pläne. Naja, und mal gucken, wie sich das entwickelt, ne? Bis jetzt klappt das ja ganz gut, muss ich sagen. Ich muss mich partout vorsehen. Immer so einen kleinen Blick. Ah, der Teppich ist aber ganz schön mit diesem Pack. Hm, gefällt mir. Ich weiß nicht. Hat was. Okay, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Das ist der rote Teppich. Ja, die Familie... äh, die Häuser, wie ihr schon seht, ist nach verschiedenen Familien eingerichtet. Familien Hinterturm. Ah ja. Mist. Ähm. Da ist auch wieder ein Kühlschrank. Hm. Da ist hier noch einen schönen Kellerblick. Aufs Wasser. Aufs Wasser. Jetzt kann ich ja auch gerade mal durchs Dunkle warten. Das ist kein Problem. Ist ja auch Musik drin, Amy. Tatsache. Warte mal, dann machen wir das mal eben. Ähm. Brot kann weg. Ähm. Musik kann stopp. So. Und dann gucken wir mal hier rein. Boah, kann man ja auch mal haben, ne? So. Dann gehen wir mal wieder hoch. Wir hören das ja. Im Umfeld von 50 Blöcken kann man das, glaube ich, hören. Ähm. Also, Amy, hast du dir aber auch Mühe gegeben? Diese Häuser hatte ich, ähm, auch nicht so groß gebaut. Ich glaube, das hat Amy auch am meisten gefreut. Wo geht's denn eigentlich raus? Ach, guck mal da. Das sind Weinberge. Ist so laut! Und dann macht das gleich wieder aus. Ich muss hier raus. Ich muss hier weg. Weg von der Musik. Wir gehen hier mal zur Familie. Server. Ich hoffe, man hört mich überhaupt noch. Ne, die Kisten hast du aber manchmal, glaube ich, auch eingerichtet. Gell, Amy? Sag doch mal. Ähm. Da haben wir hier einen Kamin. Auch hübsch. Der unendliche Kamin, den es eigentlich nur im, äh, Creative Mode geht. Weil man, ich glaube, das war. Warte mal, Slash, Gift, Dekka, 62, nee. Doch. War das 62 oder 52? Wir probieren's mal. Yep. 62. Guck. Und da steht auch schon, numerische Daten werden in Zukunft nicht mehr unterstützt. Bitte Namen wie Minecraft Lit Furnace benutzen. Okay. Ah, aber nur so ein kleiner Trick. Alternativ können wir natürlich auch einen Lava-Eimer in so einen normalen Ofen stellen. Was ist denn das? Familie Zwischenstock. Ne, ich glaube, das sollte so. Ich fand das immer ganz hübsch. Immer diese Fensterläden und oben dann nochmal ein paar Klappen. Ähm, ich, äh, klapperla papp, ich konnte mich gar nicht retten vor lauter Klappen. Familie Zwischenstock. Die hatten mich in Zwischenstock. Ist sehr waldverbunden. Ja, hat auch einen Sitz in, ähm, Nordengland. Wie man hier sieht. Und fühlt sich eigentlich recht wohl. Auch hier in dieser mittelalterlichen Behausung. Ist auch naturverbunden. Das ist der Zwischenstock. Kleine Sitzgelegenheit. Und hier oben nochmal ein Balkon. Ach, schön. Die leben immer ganz gut. Offen Balkon mit Schlafen. Da werden sie sich mal freuen, wenn die Mücken kommen. Hell, ja, was ist denn hier? Mach doch mal die Mücken aus im Haus. Ich muss hier arbeiten. Wie arbeiten? Naja, ich muss schlafen. Bacchusplatz. Bacchus ist auch ein... Ich mach mal die Musik wieder aus. Ich glaub, das geht mir langsam auf den Keks. Oder ich warte... Mist. Einfach. Ja, das ist der Marktplatz. Den find ich eigentlich ganz nett. Den hat Amy, glaub ich, zum Großteil eingerichtet. Ja. Die Häuser hab ich ringsherum erst hingestellt. Und dann kam der Marktplatz immer mehr dazu. Hier ist noch eine kleine Übersicht der Stadt. Die Karte. Wir befinden uns gerade hier. Nee. Da. Genau. Und haben das hier quasi gerade mal angeguckt. Jetzt gucken wir erstmal weiter, was wir noch sonst so haben. Familie Doppelwand. Amy war teilweise sehr kreativ, was die Benennung angeht. Denn nachdem ich die Häuser hingestellt habe und ich hier genannt habe, was die Häuser für Eigenschaften haben. Zum Beispiel dieses Haus hat eine Doppelwand. Siehst du? Jetzt kann ich die Musik wieder anmachen, ne? So. Ja. Dementsprechend hat sie das dann auch so umgesetzt. Und hat sich dann auch den Namen dabei ausgedacht, wie die dann heißen könnten. Und deswegen hießen die hier Doppelwand. Und grundsätzlich immer so einen Schlafbereich, Wohn- und Essbereich und vielleicht auch Flur und noch eine einzelne Küche. Je nachdem, wie es passt. Ne, Amy? Sag doch mal. Da haben wir uns eigentlich schön Familie Doppelfand, Familie Doppelmauer. Familie Doppelkopf hätte auch gepasst. Hier auch nochmal eine kleine Küche. Im Prinzip sind die alle ähnlich aufgebaut. Aber doch eigentlich nett. Ja, doch. Die haben hier ein paar kleine Abstellflächen. Jetzt geht hier nochmal nach oben. Aha, aha. Die leben ein bisschen grüner. Ich glaube, die hatten Balkon. Ne, die hatten keinen Balkon. Aber die hatten einen schönen Ausblick. Mhm. Gut. Und, ähm. Ja, was kommt eigentlich später noch? In der Let's Show-Welt. Ich wollte auf jeden Fall noch die große Wüstenstadt lassen. Bis zum Schluss nämlich. Weil einerseits habe ich mich gefragt, ob Lira das noch aufnehmen möchte. Habe ich mittlerweile schon geklärt. Ne, das mache ich selber. Der Weinberg am Markt. Inhaber Prior Bacchus. Der Prior, das ist der oberste des Klosters. Wir schauen uns einmal die Gewölbe an. Ja, hier wird erst der Wein destilliert. Also, ne, die Trauben aufbereitet. Dann kommt das nachher hier rein. Und dann ist das nachher fertig. Und dann kann man das nachher auch schlürfen, wenn es dann so weit ist. Und dann setzt man sich hier entweder zum, ähm, zum, ähm, wie heißt der denn? Der Weinmann. Jetzt fehlt mir das Wort, verdammt. Äh, Weinbauer Kirschner? Ne, äh, naja, setzt man sich halt rein, ne? Und da hat hier, glaube ich, auch noch irgendwo seinen Laden gehabt. Da gehe ich mal zuerst hin, bevor ich hier den Marktplatz zu Ende mache. Nämlich hier drüben am Weinberg, genau. Die Straßen haben wir auch bezeichnet. Zum Weinkeller und Weinrestaurant Bachhus am Berg. Ja, und diese Dinger hier, also, diese hier, das sollten Weinreben, Weinstöcke sein, genau wie da oben. Genau wie da hinten. Da gehen wir nachher noch ein bisschen am Weinberg entlang. So heißt ja auch die Straße, aber wir gehen hier erst mal ins Restaurant, ne, in den Weinkeller hinein. Weinkeller und Verkostung. Guten Tag, ich wollte noch mal fragen, haben Sie noch mal ein Wein für mich? Ja. Oh, hier kann man sich was schön abfüllen lassen. Verkostung, meins. Für Zehnsmaragde probieren Sie frei Haus. Na. Also, du kannst dich hier richtig zulaufen lassen, wenn du Zehnsmaragde hast. So, mal richtig einen wegkübeln. Wegbechern. Bis zum geht nicht mehr. Wenn du deine Zehnsmaragde gesammelt hast. Leider ist hier kein Dorf in der Nähe, wo man das hätte sammeln sollen. Also, bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder zu gehen. Sonst kann man sich alternativ noch oben, ne, so hinsetzen und dann noch ein bisschen Weinchen schlürfen. Die Gegend genießen. Oh. Da gehen wir später noch hin. Ähm. Und sich so ein bisschen wohlfühlen. Mit Wein in der Hand. Ich gehe erst mal hier unten weiter. Und zwar, am Bacchusplatz fehlen uns nämlich noch 2, 3, 4 Gebäude. Die Familie Marktstrand. Marktstrand. Weil hier ist ein Strand und hier ist der Markt. Danke, Amy. Aha. Ach, das ist aber auch eine schöne Ecke hier. Gefällt mir. Nö, ist hübsch. La, 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 la. Wo gehen wir denn jetzt nochmal hoch? Mal gucken. Ein Bild im Bild. Na, das ist ja auch nett. Hm. Und, äh. Ja. Schlafraum. Lebensraum. Hm. Bastel, Küchen, Koch, Raum. Marktstrand. Familie Blumlieb. Finde ich schön. Also. Jedes ist mal Individu, Individu eingerichtet. Was denn ist? Klappe. Uh. Und, äh. Hat doch verschiedene Ausmaße. Also die Häuser sind doch alle verschieden groß aufgebaut. Und die gucken auch von unten, also wenn man von unten nach oben das Haus hinauf schaut. Oh, da hat ein schöner Balkon, da muss ich nochmal hin. Dann sieht man auch hier, an dem sieht man es auch, dass die immer schön nach außen wachsen, nach oben hin also immer mehr Platz haben. Deswegen haben wir unten meistens eine Küche reingemacht oder einen Flur oder so und oben einen Schlafraum oder einen Wohnraum. Weil da am meisten Platz war. Weil man da am liebsten leben will. Lass mich nochmal raus. Danke. Und, äh. Ja. Aktuell nehme ich auch relativ lange im Voraus auf, weil, weil ich einerseits jetzt Zeit habe und damit auch die Zeiten überbrücken kann, wo ich dann halt wenig Zeit habe. Familie Brunnen nah. Ähm, das fällt vor allem bei Super Metroid beispielsweise auf. Hier, das hier nehme ich immer relativ zeitnah auf. Meistens in der Woche, ein paar Tage vorher. Wenn ich ja Zeit habe. Das wird sich natürlich ändern. Ich habe nicht immer viel Zeit. Oh, das war auch ein schöner Blick. Auf den Weinberg. Auf das Kloster Felsenspitz, habe ich es glaube ich genannt. Hm. Och, die Lehmau war schön. Ähm. Wo muss ich denn jetzt noch hin? La, la, la. Okay, der verkauft hier seine Bilder. Äh, ach so. Was ist das? Schleifenweg? Na gut, gehen wir mal den Schleifenweg. Ich klappe hier einfach mal alles ab, ne? Freunde, sollt ihr auch was davon haben? Pferd im Gesicht. Was? Familie Pferd im Gesicht? Was zum... Wieso? Wieso? Gut denn doch. Hier ist doch gar kein Pferd im Gesicht. Aber einen braunen Teppich haben sie stehen. Und man kommt hier noch mit Leiter. Oh. Ja. Aufs Dach? Okay, ist nicht zu alte Leute. Eher was für die jüngere Gesellschaft. Wo ist die Olivia ganz How does it نے they? Wo ist das ist derGeschơi? Und die Karte drin ist. Wo ist die schiff stellen? Wie sieht die soi?